All klar, fehlen nur noch 30. Als ob das wenig wäre, nach einer Stunde. So, was haben wir nicht gemacht? So, in Richtung Westen, ich geb mal kurz den Controller hin, sind noch so vier Stück oder so. Eins ist hier. So, dann gucken wir mal, wie schnell das jetzt geht. Jetzt versuche ich mich von nichts abdenken zu lassen. Ich werde, wie gesagt, das Ding, was hier war, ne? Dieses Ding. Ich gucke mal kurz, ne? Was unter der Brücke liegt. Das ist so schwierig zu erreichen, dass ich, ne? Ich mache das halt eben ganz am Ende. Habe ich schon dreimal gesagt. Also, ich denke mal, das sage ich jetzt nicht nochmal. Man erkennt, glaube ich, dass ich ein bisschen angestrengt bin. Und bin ein bisschen genervt. So, okay. Das sagt mir mal wieder was. Der Ort. Das war das, wo ich nie wusste, ob das an Land ist oder ein Wasser. Und ich schätze irgendwie, ich vermute, das ist im Wasser. Nachher ist es, es ist im Wasser. Ich sage, es ist im Wasser. So, aber das coole ist, das ist auch ganz lustig, wenn wir mal anschauen, man wird weggesprüht. Oh, nicht ganz. Aber hier. So. Donkey Strömung. Du hast mich weitergebracht. Und wir sind direkt davor gespült worden. Äh. Ich möchte trotzdem das Ding noch erwischen. Äh, gegen den Strom schwimmen. So. So, zum Glück kommt Max. Äh, kommt Max. Kommt. Äh, Michael hier hoch. Solid Snake würde hier verzweifeln. Traum. Ja, hüpf auf der Stelle. So, schlechte Texturen. Aufgrund mittlerer Grafik. Ändert sich ja bald, wenn ich meinen neuen PC vielleicht mal kriege. Aber wobei, ich glaube, bis ich den habe, ne, da ist schon GTA 5 vorbei. Bis dahin ist GTA 5 das Let's Play schon gelaufen. Ach, sieh, 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 sieh. So, das ist doch hier diese Weinberggegend gewesen. Genau. Und das war irgendwo hier. So, das war irgendwo hier zwischen. Ich werde mal kurz hier drüber haben. Ich gucke mal nicht auf die Karte. Okay, das war ein bisschen südlicher. Ja, ich würde das gerne hier jetzt schon sehen. Ich sehe es irgendwie nicht. Doch, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es gerade. Also, es sind mittendrin ein paar Löcher, wo wir durchschlüpfen können. So, da vorne bist du. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, hallo, wunderbar. Es ist halt eben ziemlich spät gerade. Und ich muss gerade, äh, ein bisschen mit meiner Lampe spielen. Mit der Lampe spielen. Schweinisch. Äh, gucken wir mal. Next one. This house. Da. Das ist auch das einzige, was du an der Küste liegt. An der Westküste. Und dann schneiden wir uns jetzt. Das ist, glaube ich, äh, genau, das ist die Villa hier. Schöne Villa. So muss man leben. Mit einer dicken, fetten Auffahrt. Erstmal so ein... Guckt euch das mal an. Das muss ich mal ganz kurz mir anschauen. Guck mal, der hat sogar so ein Sicherheitsding, oder? Ja, nee, okay. Da ist jetzt kein Wachmann oder so, aber, ne. Thor ist, denke ich mal, ganz gut geschützt. So. Hier ist ein schöner Landplatz auch noch. Eigentlich wie gemacht. Ist das Kunstrad. Das sieht ein bisschen so aus, mein Freund. Na, nee. Komm ich in deine Bude rein? Ich weiß nicht, wie ich in deine Bude rein komme. Oh. Pff. Okay. Alles cool. War nicht nötig. Next one. Ganz schnell abhaken. Fluss. Fluss hier. Fluss hier. Fluss. Das ist ein cooles Lied. So. Jetzt müssen wir einmal um den Berg fliegen. Na, schaffen wir. Ich bin stolz, dass wir diesen Heli schon so lange haben. Und dadurch, dass ich das gesagt habe, werde ich wahrscheinlich, äh, Karma gerade aktiviert haben. Und gleich ist der Heli weg. Genau. Hier ist satt. Aber die Frage ist jetzt, ist es hier oben irgendwie drauf oder ist es unten? Weil unten ist, glaube ich, wieder mal eine Höhle. Das ist nicht hier beim Baum. Nee, das war nicht beim Berg, sondern hier. Ah, come on. Sie seht ihr, schon habe ich denn hier ein ganzes Stück kaputt gemacht. So. Ah, ganz schön. Boah. Das ist aber. Joa. Joa, so kann man parken. So. Steigung von über 45 Prozent. Macht nichts. Guck mal, ich habe die Markierung ziemlich genau gesetzt. So. Ich komme. So, und so langsam betreten wir die Stadt. Kann man sagen, wir sind jetzt so ein bisschen im Vorort der Stadt. So, next one. Gebäude hier. Aber noch ist ein paar außerhalb, leicht außerhalb der Stadt. So much to forgive. Ist auf dem Mario-Sender, okay. Das ist das Anwesen hier gewesen. Genau, am Pool, ne? Wobei, Pool, er springt an lang. Ey, das ist auch, boah, da werde ich echt. Ah. Ich möchte auch so leben. Und dann eine eigene Einfahrt. Ich würde so, ne, Mergen-Mann-Parkplatz. Das ist irgendwie vielleicht so ein Club. Ich denke, okay, das ist anscheinend ein Club. Es sieht sehr klubbig aus mit dem, äh, Tennis-Club wahrscheinlich. Und da hinten ist auch noch irgendwie so ein kleines Gebäude. Egal. Wir sind nicht hier, um über Gebäude und Architektur zu reden. Auch wenn ich es gerne würde. Äh, next one. Das Gebäude, oder? Wetten auf dem Dach drauf. Ich kann nicht mit so, tut mir leid. Aber das Gitarren-Solo ist ziemlich cool. Aber wobei ist kein Solo. So. Ich schweb mal drüber, um ganz kurz zu gucken. Da, da ist es. Das ist doch cool. Dinger einsammeln, damit coole Musik hören. Das gefällt mir irgendwie. Das könnte ich tatsächlich den ganzen Tag machen. Wirklich, mach ich ernst. Wir haben 25 schon übertroffen. Überholt, über, ne? Aber wir sind schon bei über einer Stunde. Das könnte ähnlich lang dauern, wie bei dem... Wie bei unserer Schnipsel-Geschichte. Schnipsel-Geschichte. So, das Ding war doch auch irgendwie was kniffliges. Oh, nice move. Genau, das war auf dem komischen, äh, Türmchen dahin. So, warst du auf dem Türmchen hier? Höh? Bös. Wenn es nicht auf dem Turm ist... Dann muss es im Wasser sein. Wattja. Ich wagt mal einen Sprung ins kalte Nass. Ins kühle Nass. Ach, wie assig Ich fände es irgendwie auf dem Turm cooler Viel nette Location, finde ich Moment Ich komme hier nicht hoch, oder was? Ich dachte, das wäre hier eine Leiter Das ist gar keine Leiter Na gut, ganz kurz hier rüber schwimmen Wie cool der da steht, ey Den cool stehenden Heli Den müssen wir aber jetzt wieder nehmen Licht, ey Diese Grafik Über diese Technische Verbesserung und sowas Da bin ich echt immer sehr, sehr begeistert Ich bin keine Grafikgrube, aber ich finde Diese Wenn man sich mal GTA 3 mit GTA Wenn man GTA 3 mit GTA 4 mit GTA 5 vergleicht Na gut, da muss man auch sagen Zu GTA 3, zu GTA 4 war es Von GTA 3, Alter Von GTA 3 zu GTA 4 War es eine deutlichere Verbesserung Als von GTA 4 zu GTA 5 Aber es ist trotzdem Extrem beachtlich So, das nächste Ding ist hier Betten wir das Ding Ja, guck mal, da ist wieder so ein Turm Ich würde, das war das Ding, was ich mir gemerkt habe, was auf dem Turm war Ja, natürlich Okay, jetzt kann ich auf diesen kleinen Dingern landen Schwimmfestamt, ne Ne, wobei, davon muss erstmal das Ding weggehen So Ne, ist ja nicht der Sonnenuntergang Ah, ne, der ist weg Gut Zwei hintereinander Nächste Stingen ist Äh Hä Das verwirrt mich jetzt Hier Genau, hier Leider sind wir zu diesem Ecken nicht geflogen Noch nicht Das ist auch krass Wir haben viel von der Karte nicht aufgedeckt Hier ist noch was frei Hier ist noch was frei Hier, generell waren wir noch nicht Ja, das werden wir aber noch alles So, machen wir noch Notarzt sehe ich da einfach so ein M-Heli drüber Und sagt dann, fuck you So gibt es auch, glaube ich, ein Achievement Aber, na, Achievements sind ja nicht so mein Ding So, doch, Mr. Dom sein Like you need more Landen? Ja, ist es klug, am Pier zu landen Ich glaube, irgendwie das ist Unterm Pier oder Moment, kann ich hier Einfach so Ich probiere es nicht mal Ich kann es wahrscheinlich, aber ich probiere es nicht So, war es nicht irgendwie hier runter Ich höre es Ah, da ist es Wie fühle ich mich erinnere? Ich bin überrascht von mir selbst Weil ich toll bin Ah, schön Ich glaube, der Pier ist ein bisschen tief Wenn er jetzt unter Wasser steht Ah, jetzt senkt sich wieder Da kommt die Ebbe Da kommt die Flut Wobei ist es Ist Ebbe und Flut auch Bei einem abgeschlossenen Bereich Weil es ist ja eigentlich Das Wasser ist hier Kein offenes Meer, sondern Ist ein abgeschlossener Bereich Es gibt doch bestimmt keine Ebbe und Flut Bei so einem kleinen See Der in sich abgeschossen ist Wobei hier ist so ein Stimmt, hier ist das nicht abgeschossen Weil hier wird das reingepumpt Na, da können wir gleich hinfliegen Weil da ist das nächste Ding So, das interessiert mich aber irgendwie mal Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Falls ihr mehr drüber wisst Über Na ja, ich denke mal Das kann man zu Erdkunde zählen So, da ist die Pipeline Genau, da wird es reingeschissen Oder rausgezogen Ausgesogen vielleicht sogar Wobei, ne, ergibt nicht so viel Sinn Ja, ne, sieht reingeschissen aus Egal Passenderweise ist hier auch das Ding So, durch den Matsch Wunderschön 30 Stück 2 5 5 5 6 6 8 10 9 10 11 12